Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Botter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Die Angriff Steiner hat mich belogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niedersträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Ist das Feiglinge? Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmolz des deutschen Falsens! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Krabbel hält! Jahrelang hat das Militärmele Aktionen nur behindert! Es hat mich gegen nur als bestätigen Widerstand! Ich habe weggelegt! Ich hätte gut daran getan, um jahrelang alle Hörloffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt! Ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an, wenn es nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich bewaltig! Eher jagle ich mir einen Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Die Krister in den Wolfsburg betilden Sie, wie es Ihnen dauert in das Untertitelung des ZDF, 2020